Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe von What A Week, Kalenderwoche 17. Auch heute ist wieder der Björn dabei. Hi Björn. Hallo. Alle anderen haben irgendwie private Sachen, haben ein erfülltes Privatleben. Nur wir beiden Loser haben an einem Freitagabend nichts anderes zu tun. Ja, die anderen aus der Gruppe haben tatsächlich ein Leben und wir haben das hier. Aber dafür habt ihr dann den Podcast, dafür jetzt auch am Sonntag dann. Immerhin, immerhin. Und auch wir, diese Woche reden wir wieder über die neuesten und heißesten News. Und das heißt unter anderem reden wir über Quantic Dreams' grandiosen Lawsuit. Aber da freue ich mich schon drauf. Wie springen wir das eigentlich aus? Campo Santo? Campo Santo, ja. Ja, okay, gut. Ich glaube einfach Campo Santo wird immer gesagt, ja. Wunderbar. Dann reden wir darüber, dass die Nintendo Switch inzwischen rund ein Jahr nach Release tatsächlich schon exploited ist. Und was das für die Zukunft bedeutet. Und wo wir gerade bei Nintendo sind, reden wir dann natürlich auch darüber, dass Nintendo einen neuen Präsident bekommt. Und auch hier in Europa tut sich personell etwas. Dann reden wir über das große Kanye-Debakel auf Wunsch von Bacca. Und irgendjemand hat es auch im Discord sich gewünscht. Das wird großartig. Wir gehen über die Echo-Krise, die Echo-Echo-Krise. Echo-Krise. Die Echo-Krise. Ja, das wär's doch. Der kommt nicht. Der Echo kommt als Echo einfach nur zurück. Genau. Metroid Prime 2 Echo. Das ist der neue. Die Gewinner kriegen einfach nur eine Copy von Metroid Prime 2. Und wir reden über den Venom-Trailer. Das sind die Themen der heutigen Ausgabe. Los geht's mit dem grandiosen Quantic Dream-Law-Suit. Und du hast schon direkt auf Twitter gesagt, du hast deine Copy von Detroit Become Human direkt storniert und sagst, du hättest das Spiel jetzt gebraucht. Finde ich sehr konsequent. Weil ich das einfach nicht mehr, also zumindest nicht monetär unterstützen kann. Weil aus einer eigenen Perspektive will ich halt zumindest immer noch dieses Chaos erleben, was die da abgeliefert haben bei dem Spiel. Aber das will ich einfach nicht mehr finanziell unterstützen. Weil das ist eine Sache, eben teilweise so ein bisschen Müll abzuliefern und eben sehr fragwürdige Dinge in den Spielen zu bieten. Also gerade Fahrenheit hat ja auch sehr rassistische Charaktere. Also gerade diese, da gab's einen so einen chinesischen Charakter. Und gerade auch der schwarze Polizist, der dann glaube ich mit so 70er Jahre Blacksploitation-Musik irgendwie eingeleitet wird die ganze Zeit. Ja, aber das ist jetzt, das geht jetzt echt zu weit. Also ich glaube, für die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, das war im letzten Jahr. Oder nee, war das Anfang des Jahres oder letztes Jahr noch? Anfang des Jahres müsste es sein. Anfang des Jahres, genau. Bei dem drei Magazine in Frankreich eben gleichzeitig, also die hatten sich anscheinend auch so untereinander ihre Quellen ausgetauscht und das eben auch gegenseitig so gecheckt, damit da eben auch kein Mist rauskommt. Hatten darüber berichtet, dass es bei Quantic Dreams, also bei dem Entwickler von Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, intern sehr viele Probleme gibt, was die Zusammenarbeit von den Mitarbeitern eben angeht. Also da wurden halt wirklich Bilder gepostet von Leuten, die ja so private Bilder von Mitarbeitern halt irgendwie verunstaltet haben und das dann rumgeschickt haben, um sich eben über die lustig zu machen. Und die generelle Atmosphäre sei wohl sehr toxisch. Ich muss übrigens sagen, dass mich das alles irgendwie sehr an hier Great Teacher Unizuka erinnert hat. Weil da gibt es ja auch diese Folge, wo halt diese Bilder gemacht, halt Photoshop quasi, also gefälscht werden die Bilder von ihm, wie er irgendwie so Foltersexuelle Sachen macht. Und es geht ja fast schon in eine ähnliche Richtung. Ja und das, also ich meine, also gerade für Leute, die das auf einem Arbeitsplatz vielleicht schon mal mitgekriegt haben, weil das ist jetzt nicht so unüblich, leider, dass es da in, jetzt teilweise ist halt nicht für die ganze Firma repräsentativ und nur für eigene, für einzelne Teams. Aber das kommt halt trotzdem immer mal mal wieder vor. So und dann gab es eben wirklich einen sehr detaillierten Bericht von drei verschiedenen Magazinen, die alle mehrere Quellen hatten und eben auch wirklich so schon Beweise darlegen konnte, wie diese Fotos. Und dann was eben die Chefetage und dazu gehört eben auch David Cage dann gesagt haben, anstatt einfach so, okay, ja, wir sehen, es gibt Probleme und wir arbeiten daran und wir stehen dafür nicht ein. Und wir sehen auch zu, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, weil es kann ja immer nur sein, dass es dann irgendwie drei oder vier Personen innerhalb der Firma sind, die diesen Mist hauptsächlich machen. Ähm, aber anstatt das einfach so zuzugeben, stellt man sich dann hin, nein, das sind wir nicht, das ist so nicht passiert, das ist alles, äh, alles, alles nur bla 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 irgendwie komisch dargestellt. Ja, ja, ähm, und hat dann eben auch gesagt, ich, ich meine, ihr seht ja anhand meiner Spiele, für, für was ich stehe und hat dann eben wirklich gesagt, ich meine, ich meine, ich setze mich ja auch für, weißt du, ich kann doch gar nichts irgendwie, ähm, gegen. Ich hab doch mit Ellen Page zusammengearbeitet, die ist doch lesbisch, hallo, ich kann auch nichts gegen Schuler. Ich kann auch nichts gegen LGBTQ-Leute haben, ich hab ja, wie gesagt, ich hab ja, äh, immerhin mit Ellen Page zusammengearbeitet, die ja für die Rechte einsteht, weißt du, so, ich bin, ich, David Cage, habe mich nicht, äh, bin nicht für die Rechte eingestanden, aber ich hab mit einer Person zusammengearbeitet, die hat das gemacht und deswegen ist das natürlich repräsentativ dafür und das ist halt kompletter Schwachsinn. Vor allen Dingen, weil, ich meine, Ellen Page, ich glaube, weiß auch nicht, ob sie noch überhaupt so gut auf ihn zu sprechen ist, nach der ganzen Nackt-Modell-Geschichte. Ja, wo ja wirklich, ohne, dass sie was davon wusste, wurde ja, dass ihr Nackt-Modell von ihr in, ähm, Beyond Two Souls erstellt, was dann Leute eben nachher auch durch, äh, bestimmte Tricksereien im, im Spielcode eben finden konnten. Ähm, und, ja, ja, und das ist, das ist eben auch nicht, also, die waren ja generell schon da nicht so gut darauf zu sprechen. So, und die ganze Sache ist jetzt aber, wie das eben so in einem News-Cycle passiert, wieder ein bisschen, bisschen abgeflacht und alles und eigentlich schien es so, dass, äh, äh, eben Detroit, das kommt ja jetzt diesen, Mitte diesen Monats raus, äh, wieder auf guten PR-Fahrt irgendwie war und dann dachte sich wohl David Cage oder die generelle Chefetage bei Quantic Dreams, nein, äh, wir brauchen jetzt nochmal vor unserem Start den Streisers, den wir auslösen wollen, indem wir jetzt einfach die Publikationen verklagen, um, äh, weil, ne, wir möchten dafür nicht, wir, wir, wir glauben fest daran, dass das nicht stimmt und anstatt daran zu arbeiten, verklagen wir einfach noch Journalisten und sagen, das, was sie eben auch teilweise, also wirklich an Beweisen vorgebracht haben, ist einfach Müll. Und das ist dann so der, also, das war dann für mich dann, dann wirklich der letzte Punkt, wo ich gesagt hab, Alter, das geht einfach, das geht einfach gar nicht mehr klar und gerade halt auch, auch jemand, der als, als Freier Journalist jahrelang gearbeitet hat, geht mir das halt unfassbar, auch auf einer persönlichen Ebene einfach nur an den, an den Kragen, dass man da die, die Publikationen eben angreift und dann sogar verklagt für, für die, halt wirklich fantastische Arbeit, die sie da geleistet haben. Und das ist einfach, also, ich weiß wirklich nicht, was bei denen abgeht, aber David Cage scheint ja eh so eine Art Götterkomplex zu haben, also, keine Ahnung. Ja, nee, ich weiß auch nicht, ich bin auch einfach nur genervt von der ganzen Geschichte. Also, ich, man hört's raus, dass ich es irgendwo auch lustig finde, aber halt spätestens jetzt ist halt echt einfach auch der Spaß vorbei und man denkt sich halt, was geht bei denen und was soll der Scheiß? Also, ich weiß halt echt nicht, was sie sich davon versprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie vor Gericht irgendwas reißen werden, weil, auf welcher Grundlage? Also, kann's ja eigentlich fast wirklich nur irgendwie eine geplante PR-Maßnahme sein, aber dann weiß ich halt auch nicht, was das soll, weil, wer, wird irgendjemand deswegen von dem Spiel mitbekommen und sagen, ah, das Spiel muss ich mir holen? Hä? Ja, eher das Gegenteil. Also, wie gesagt, bei mir hat's jetzt dazu geführt, dass ich's mir halt dann, dass ich jetzt eben noch kurz warte, bis es dann eben irgendwo gebraucht auftaucht und dann hol ich mir dafür, damit die eben ja kein, ja kein Geld davon haben. Aber ich, das, also, wie gesagt, das, das schien auch so auf, ähm, das kam wohl raus durch irgendein Event auch, wo dann einfach, äh, David Cage nicht schnell genug von, von den PR-Mitarbeiter zurückgehalten werden konnte und er dann eben das so rausgeblubbert hat. Ja, ne, wir verklagen die. Ähm, und deswegen mein ich, dass, das scheint eben wirklich so, äh, diesen, diesen, diese Komplexe zu sein, die er da irgendwie hat und dass Leute, sobald sie ihn angreifen, weil, also, ich mein, das sieht man ja auch in der Resonanz von der, wie er Kritik auffasst zu seinen Spielen. Das ist so, die eine Hälfte, die es gut findet, das ist die, das ist die richtige Kritik, weißt du, die haben's verstanden. Und alle anderen, die, die was Negatives sagen, das ist so, ja, die haben ja eh keine Ahnung und davon brauch ich mich ja gar nicht beeinflussen lassen. Und ich meine, hey, ihr seht ja, unsere, unsere, unsere Spiele, äh, verkaufen sich ja eh. Womit ich jetzt gar nicht ausdrücken will, dass, äh, jeder, der irgendwie, ähm, ein Heavy Rain oder ein Beyond the Souls gut fand, äh, irgendwie jetzt ein Vollidiot, äh, sei oder so, weil, also, weiß Gott nicht, hab den, hab den Spaß an den Dingern. Ich mein, ich hab ihn für andere Gründe, ähm, aber wenn ich einfach nur sehe, dass es wirklich sehr, ähm, lautstarke und auch, also, teils auch, wie ich eben finde, sehr, sehr legitime, äh, Kritik gibt, gerade an der Darstellung von auch, äh, von auch Frauen oder, ähm, eben, äh, bestimmten Minderheiten, äh, und er da einfach das so abschweißen, so, nö, das ist ja eh alles, stimmt doch nicht, bla. Und dann kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass es dann auch dieselbe Person, die sagt, verklagen, sofort. Ja, also David Cage hat sich auch bei mir dadurch nicht beliebter gemacht und eigentlich muss ich genauso konsequent sein wie du und es mir jetzt nicht mehr direkt holen. Äh, ich bin ein bisschen traurig, weil ich eigentlich vor hatte, einen Disc-Track zum Spiel aufzunehmen. Kannst ja immer, kannst ja, kannst ja, kannst ja ein Pressemuster anfordern oder wie ich's halt einfach gebraucht, ich mein, das dauert doch eh nur einen Tag, was die gebraucht irgendwo rumliegen. Das stimmt. Das ist, das ist, das ist, nach dem ersten, du hast doch schon nach dem, nach dem, nach dem ersten Wochen, die Leute, die sich das irgendwie im GameStop holen oder so oder im Saturn, das, äh, durchspielen an ein, zwei Tagen und es dann halt wieder sofort zurückbringen, um das maximal an Geld rauszukriegen. Das ist, also, ja, das ist wahr. Naja, ja, ja, egal, ich, ich werd's schon irgendwie hinkriegen und ich glaube, jetzt hab ich sowieso nur noch, noch mehr Pulver, dass ich da reinpacken kann in den, in den Disc-Track. Mal gucken, ob ich's wirklich hinbekomme. Ich bin halt vor allem gespannt, ob ich die Delivery hinbekomme und das halt wirklich irgendwie einigermaßen gut klingt. Also, seid gespannt, ob da tatsächlich was kommt oder ob ich's, äh, dann doch verwerfe. Äh, ja, ich glaub, dass, dazu ist dann alles gesagt, was gesagt werden muss, oder? Ich meine. Ich glaub, von unserer Seite auch und so wie ich das auch im Discord mitgebracht, äh, mitbekommen habe, sind wir da eigentlich, äh, intern im Team, äh, alle einer Meinung. Äh, falls es nicht so sein sollte, äh, kann sich, äh, kann sich die, äh, der, diejenige gerne, gerne noch hier drunter melden und sagen, nein, ich find das voll gut. Ähm, aber ich, äh, gehe mal nicht davon aus. Aber wie gesagt, falls da irgendwie von unseren, von unseren Zuhörern irgendjemand sagt, Leute, ihr habt da echt noch einen, noch einen Punkt übersehen oder irgendein, äh, möchte aus irgendeinem Grund da Teufelsadvokat spielen, gerne, äh, packt das gerne drunter. Ich diskutiere auch da, da gerne mit Leuten noch drüber. Kommen wir zu einem Entwicklerstudio, was, äh, sehr viel sympathischer ist, äh, spätestens, also ich, Campo Santo ist so ein Studio, was ich echt extrem irgendwie feiere auch. Jetzt nicht nur vier wir spiele, ähm, haha, Feier, 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 Feier. Für ihr Spiel. Ich meine, das zweite ist aber nicht raus. Ja, äh, es sind die Macher von Firewatch, für alle, die mit dem Namen jetzt noch nichts anfangen können. Äh, was ich auch immer noch gar nicht gespielt habe, ich werd's jetzt spielen, wenn's dann auf die Switch kommt. Aber ich fand die als Entwickler immer sehr sympathisch, weil ich so lustige Geschichten gehört habe, wie, dass die irgendein, was war's, irgendeine Flasche haben die irgendwie von IGN geklaut, als die da so eine Tür hatten. Und solche Geschichten hab ich immer mitbekommen von denen. Ja, die hatten ja auch dieses, die hatten ja dieses, was mega sympathisch war, du konntest dir, du hattest ja in Firewatch so einen, ähm, so einen Einweg-Fotoapparat gefunden und konntest damit Bilder machen. Und am Ende vom Spiel wurden die dir in den Credits angezeigt. Und was du machen konntest, ist dann eben die Fotos, die du im Spiel gemacht hast, dir ausdrucken und zuschicken lassen. Eben, also du hast da natürlich viel bezahlt. Aber das ist einfach auch so, okay, wo, wo gab's das schon mal und was ist das denn für eine Wholesome-Idea-Bit? Also ja, auch mega, mega sympathische Leute. Genau. Und ich find's auch sehr interessant tatsächlich, dass Valve sich jetzt dieses Studio gekauft hat, weil die sind halt, wie gesagt, so ein bisschen eigen, kann man glaube ich schon sagen, und arbeiten auch in ihrem eigenen Tempo und sowas. Und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt das Studio ist, was ich mir als so Großunternehmen, sag ich mal, mir holen würde. Weil ich weiß nicht, ob die kontrolliert werden wollen und ob das so gut passt. Aber ja. Ja, aber du wirst ja, du wirst ja bei Valve eigentlich, das ist ja die Sache, bei Valve wird ja niemand kontrolliert. Die haben ja die flachste Hierarchie irgendwie der Welt, wo jeder einfach nur daran arbeiten kann, woran er will. Was natürlich auch dazu führt, dass gewisse Projekte nie beendet werden. Aber laut Berichten ist es da wirklich so, du kannst dir einfach deinen Tisch, also deinen Schreibtisch quasi so nehmen, dich in ein anderes Team reinsetzen und sagen, hey Leute, ich möchte hier gerne mit euch daran arbeiten. Oder wenn andere Leute sich eben zusammenfinden. Und dass die Entwicklerstudios mit, also das ist jetzt das erste Mal so, dass man wirklich öffentlich ein bekanntes Studio so reinholt. Aber die letzten Spiele, die sie alle gemacht haben, das war Portal, waren hier so Studente, ich glaube so studentische Entwickler oder so, die da so ein Projekt hatten, das haben die da reingeholt. Left 4 Dead war ein anderes Studium, eine kleine Gruppe, die sie reingeholt haben, um das mit denen zu machen. Und hier Dota war ja auch, haben sie sich ja hier die vom Originalen eben geholt, um Dota 2 zu machen. Und ich meine sogar, CSGO wäre nicht mal zu 100% nur von Valve Leuten gemacht, sondern eben hätten sie sich auch wieder bestimmte andere mit reingeholt. Was ich nur seltsam finde, ist einfach, dass sie gerade Camposanto reinholen, während sie jetzt noch an ihrem aktuellen Spiel, ich glaube das hieß Valley of the Gods oder so, was ja so auch, was war das glaube ich, so 60er, 70er in Ägypten von irgendwelchen zwei Forscherinnen oder so, die da nachgucken. Sieht auch mega cool aus, bin ich echt gespannt drauf. Aber das ist ja jetzt nicht fertig, also zu dem Zeitpunkt sie da reinzuholen und es ist jetzt nicht gerade so dieses Valve-typische Spiel, also gerade aktuell. Ich frage mich halt persönlich, okay, entweder sie möchten wieder ein eher lineares Spiel machen und Leute reinholen, also statt Camposanto hättest du jetzt eigentlich auch hier Fulbright nehmen können, eben von Tacoma und Gun Home und sagen können, wir möchten eben solche Leute, die so First-Person-Narrative-Games gut können und möchten die Leute, weißt du, wenn die jetzt irgendwie so eine Art, was wir in Half-Life machen würden, das wird ja theoretisch da reinpassen, dass du zwischendurch eben auch so Abschnitte hast, wie jetzt in dem Bioshock 2 oder so, wo es halt mehr narrative Elemente oder so gibt. Oder sie haben sie reingeholt, um eben kleinere VR-Titel zu machen, was sich ja auch jetzt anbietet irgendwie, also von First-Person-Narrative-Exploration in VR zu gehen. Keine Ahnung, also das ist so meine Vermutung. Ja, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein bisschen was mit VR zu tun hat und dass sie da hoffen, dass sie da irgendwie Spiele bringen können, die da irgendwie gut passen. Ich meine, das passt ja mit Firewatch und so eigentlich auch ganz gut, wenn du das Spiel in diese Richtung machst, das kann ja alles sehr gut in VR funktionieren. Ich würde mal vermuten, dass es irgendwie darum geht, aber wer weiß, wer weiß, es ist schwer zu beurteilen. Vielleicht verstehen die sich auch einfach gut. So meinst du, die haben sich so beim Mittagessen getroffen und dann, ja, oh, ihr seid ja schon, das ist ja schon ganz nett hier. Ja, also wir haben hinten noch im Büro frei, da sind gerade so ein paar Autoren gegangen aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, die hatten anscheinend keine Lust mehr Item-Descriptions zu machen. Also wenn ihr wollt. Wer weiß, wer weiß. Ich bin auch gespannt, ob das denn bedeutet, dass in Zukunft halt die Spiele PC-exklusiv werden, weil Firewatch kam ja durchaus für die Konsolen und kommt jetzt auch noch für die Switch. Ja, aber ich meine, die Valve-Sachen sind ja auch für Konsole alle. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ein Dota 2 ist einfach unmöglich, wirklich unmöglich, irgendwie anders umzusetzen. Aber ich meine, ich glaube ja, CSGO haben die ja sogar irgendwie auf die 360 gebracht und die anderen Sachen hatten sie ja eigentlich auch mit auf Konsole rüber geschafft. Also da mache ich mir jetzt eher weniger die Sorgen. Ich meine, selbst bei den VR-Titeln könntest du immer noch einen PlayStation-VR-Support irgendwie reinbauen. Außer sie sagen halt, nee, wir möchten, das muss jetzt so krass von den Anforderungen sein, dass das nur die Vive schafft und kein anderes Gerät, keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Aber du hast auf jeden Fall einen echten Zeitpunkt, das ist auch sehr verwirrend. Also es macht doch auf den ersten Blick nicht irgendwie Sinn. Ich hoffe halt, es hat jetzt keine Auswirkungen auf ihr aktuelles Spiel, dass jetzt da irgendwie so, also nicht Ressourcen weggenommen, aber so ein bisschen die Aufmerksamkeit und die Manpower da abgezogen wird. Keine Ahnung. Also ich glaube es nicht, aber das ist so das Einzige, wo ich zumindest im Hinterkopf mir ein bisschen Gedanken mache dazu, weil ich möchte das Spiel eigentlich relativ zügig haben. Ja, ja, naja, wir werden sehen. Ich glaube, das ist sowas, wo man dann einfach mal abwarten muss und Tee trinken und dann wird man ja sehen, was dabei rumkommt. Kommen wir zu Nintendo Switch, die jetzt tatsächlich, wie eben schon kurz erwähnt, exploited ist und das etwas mehr als ein Jahr nach Release ist schon ein bisschen sehr schnell. Das Ganze ist über quasi eine Weakness, eine Schwachstelle in diesem Tegrad-Nvidia-Chip irgendwie gelaufen, der, glaube ich, irgendwie in so einen Recovery-Modus gebracht werden kann. Ich bin, was sowas angeht, ein absoluter Leid. Also ich sage, ich will gar nicht irgendwas Falsches sagen, weil gerade irgendwie aus, also allein schon Lena würde sich garantiert bei jedem zweiten Wort, was ich sage, aufregen, dass es irgendwie falsch ist. Von daher versuche ich das gar nicht erst. Ich weiß einfach nur, ich weiß einfach wirklich nur, also wie du es schon gesagt hattest, das Interessante ist, dass es Hardware-basiert ist. Das heißt, es ist unmöglich, das zu patchen. Das Einzige, was Nintendo machen kann, ist, dass sie bei der aktuellen Herstellung diesen Fehler beheben, was dazu führen könnte, dass gerade diese, wie viele waren das jetzt? 18 Millionen, die verkauft wurden. Wie gesagt, lass es nochmal eine Million extra sein, die jetzt schon irgendwie damit gebaut wurden oder jetzt noch gebaut werden. Das heißt, du hast da eine komplette Install-Base von diesen 19 Millionen, die dafür genutzt werden können. Das ist jetzt immer noch genug, dass ich jetzt nicht glaube, die Preise davon steigen so an, aber man weiß es im Gebrauchtmarkt ja nie, wenn Leute das erkennen. Aber ja, also ich bin da eigentlich schon sehr interessiert, weil ich habe mich jetzt nie getraut, irgendwas mit dem 3DS oder der Vita zu machen, weil man da auch immer darauf aufpassen musste, dass man bei so bestimmten Software-Revisionen bleibt. Aber jetzt könnte ich einfach sagen, okay, wenn ich dazu Bock habe, dann kann ich die einfach umfunktionieren mit Tutorials und würde mir dann später einfach wahrscheinlich sicherheitshalber eine zweite kaufen, einfach nur um sicherzugehen, dass ich die erste einfach immer nur 100% offline benutze, damit Nintendo da gar nichts irgendwie bricken kann in Zukunft oder so. Aber ja, so Homebrew-Sachen da drauf. Ich meine, Nintendo kriegt es nicht auf die Kette irgendwie, YouTube-Player, Browser oder sonst was drauf zu machen, gerade weil, das ist ja das Lustige, gerade weil sie Angst hatten, dass Leute halt wieder über den Browser irgendeinen Exploit finden. Aber da sind ganz so viele Funktionen, die auch Leute am OS-System irgendwie machen können, so viele Kleinigkeiten, die sich Leute von der Bedienung her wünschen, die jetzt darauf machbar sind. Und dafür finde ich das interessant. Also für mich ist sowas gar nicht aus irgendwie, oh, ich kann jetzt Piraterie betreiben, weil das hat mich auch auf allen anderen Geräten nie wirklich gereizt. Und es gibt keine Regionalsperre auf dem Gerät, das heißt, dafür ist es auch nicht interessant. Aber halt für diese Homebrew-Szene und eventuell halt später, wenn es wirklich Spiele gibt, die nicht übersetzt werden und der Wunsch danach hoch ist, dann wäre es halt darüber auch ziemlich leicht, irgendwelche Fan-Translations dann da drauf zu patchen. Ja, also Homebrew hat immer seine Vorteile. Das Ding ist nur, bislang, soweit ich das verstanden habe, ist es halt noch relativ kompliziert, beziehungsweise man muss halt diesen Exploit immer wieder machen und immer wieder in diesen Security-Modus rein, damit das überhaupt geht. Also es ist jetzt nicht so, als ob man irgendwie einmal was machen muss und dann hat man die Homebrew installiert und alles ist gut. Also da muss noch eine ganze Menge mehr passieren, damit das quasi halt quasi, ja, sagen wir mal massentauglich Homebrew drauf auf der Switch läuft. Aber ja, wenn da noch einiges passiert und da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass es sich da immer Leute für finden, die daran arbeiten und die sowas möglich machen, dann könnte das tatsächlich sehr interessant sein, gerade halt auf der Switch. Also als Tablet hätte ich da eigentlich auch Lust drauf. Vor allem, wie du schon sagtest, wenn Nintendo es halt nicht mal hinbekommt, langsam endlich mal YouTube und Netflix und sowas drauf möglich zu machen, dann wäre es halt schon cool. Wenn ist es halt, also es ist schon irgendwie traurig, wenn man sich das selber schneller machen kann, als Nintendo es ermöglicht. So, es ist schon irgendwie gezeichnet. Ja, aber das ist halt das Coole daran, dass ich da, weil wenn es jetzt eine reine Heimkonsole wieder wie die Wii U oder die Wii wäre, bei der Wii war es halt auch hauptsächlich interessant für, um die Regionalsperre sowas zu entfernen, Fanpatches drauf zu machen. Ähm, gerade auch so coole Sachen wie, äh, Project M waren dadurch halt möglich. Ähm, äh, und es gab auch so eine coole Szene von Homebrew-Spielereien, wo halt wirklich so Entwickler eigene Spiele dafür gemacht haben und da drauf packen konnten. Ähm, was natürlich jetzt mit dem aktuellen Ökosystem, wenn du halt da wirklich dein eigenes cooles Spiel hast, dann kriegst du es, kannst es eben auch ganz normal auf die Switch bringen. Ähm, aber gerade für, dass es ein sehr schon kräftiges Gerät ist unterwegs und das als, so als Media Player, ähm, um zu funktionieren. Ich meine, klar, ich habe jetzt persönlich mein, äh, mein, mein iPad oder so, aber da ist es halt mit externen, ähm, ja, Hard Drives und so halt echt, echt kacke. Und wenn ich einfach in, äh, in meine Switch, äh, eine fette SD-Karte, äh, reinschmeiße und alles und hab das Ding dann als Media Player allein schon, äh, fände ich mega cool für die ganzen Emulatoren auch. Ich meine, wie gesagt, Nintendo, ich hätte Nintendo schon all mein Geld gegeben, wenn sie Gamecube-Spiele drauf packen würden. Und wenn ich es jetzt auf der Switch Gamecube-Spiele mit dem Emulator drauf machen kann, weil die Hardware ist an sich, äh, dafür, äh, gut genug, um sie zumindest in der, in den, den, also ich brauche jetzt keine 4K-Auflösung, meine Güte oder so, auf was wie auf Dolphin. Aber halt zumindest in, in der, in der nativen, äh, Ansicht. PS2-Dinger könntest du wahrscheinlich auch drauf packen, also, her damit, her damit. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, ob Nintendo jetzt bald da endlich mal auch ein paar Sachen selber auf die Reihe bekommt oder ob das tatsächlich alle Sachen sind, die man am Ende nur bekommt, wenn man Homebrew betreibt. Äh, ich hoffe auf die E3, dass da dann, dass da dann alles angekündigt wird und dann hier ist online und wir haben jetzt einfach nur mit unserem, äh, mit unserer Virtual Console, gewartet, bis das fertig ist. Was bei Nintendo halt das Problem ist, was die E3 angeht, ist, dass ich mir immer die Sorge mache, dass es eigentlich fast schon zu gut werden muss, weißt du? Weil einfach, es ist so viel halt gerade quasi auch schon angekündigt, von dem wir wissen, dass es eigentlich kommen wird, äh, von dem wir noch nichts gesehen haben. Auch immer noch, aber es ist auch immer noch recht wenig, wenn ich mir halt, ähm, überlege, was im letzten Jahr alles angekündigt wurde zwischendurch und wir haben ja eigentlich noch gar nicht das, wir haben bisher immer nur das Line-Up für das erste Halbjahr und was einfach noch komplett fehlt, ist das Line-Up fürs zweite Halbjahr. Und ich glaube, dieses Mal haben sie es so gemacht, statt am Anfang des Jahres quasi 90 Prozent der Sachen anzukündigen, haben sie dann gesagt, okay, hier sind die Sachen fürs erste Halbjahr und jetzt können wir uns darauf fokussieren. Und zur E3 wird dann die zweite Jahreshälfte mit vielleicht noch Ausblick in 2019 oder so gezeigt. Ja, aber wenn man sich halt überlegt, was da alles allein vom Namen her gezeigt werden kann und eigentlich sogar müsste teilweise, halt Metroid Prime 4, Smash Bros. steht ja fest, dass wir es sehen werden, Bayonetta 3 könnte man sehen, äh, das neue Pokémon könnte man sehen, Pikmin 4 könnte man sehen, äh, sie könnten natürlich auch noch irgendwie sowas machen wie Animal Crossing kommt, Fire Emblem ist angekündigt, haben wir noch nichts von gesehen, das soll eigentlich auch noch dieses Jahr kommen, glaube ich sogar. Ja, ja, du hast das ... Ja, ja, genau, er ist 46. Ja, ja, genau, er ist 46. Also, das ist, und dann auch so, ja, was ist, das ist sein Lieblingsspiel aus kürzester Zeit, ist Golf Story, ähm, also der Mann scheint mir schon echt sympathisch, aber ich meine, das ist ja, ich glaube, du kannst mir die Story am besten erzählen, wenn wir schon bei Nintendo sind. Genau, also erst mal zunächst einmal, ich muss sagen, dass mich die News extrem überrascht hat, weil, äh, Nintendos noch Präsident, ähm, der ist ja jetzt eigentlich erst seit, halt, Iwatas Tod ist ja gerade mal drei Jahre her, das heißt ... Also, jetzt gerade mit dem Hinblick darauf schien es wohl so ein Übergang, weil der ist ja auch nie in den Directs oder so jetzt aufgetreten. Ja, ja, genau, Kimishima, von dem hat man echt nicht viel mitbekommen, kann man eigentlich so sagen. Also, es scheint wirklich sehr Übergangspräsident gewesen zu sein. Äh, nach drei Jahren jetzt ein neuer und wie du schon sagtest, gerade mal 46 Jahre alt, äh, Shuntaro Furukawa heißt der Mann und, äh, der ist Nintendo 1994 beigetreten und hat erst einmal im Global Marketing gearbeitet, was auch, finde ich, Global Marketing ist insofern schon mal interessant, weil wir damit eventuell, ich sehe es mal ganz vorsichtig, als eventuelles Anzeichen dafür, dass wir jemanden bekommen, der Dinge ein bisschen globaler, betrachtet, vielleicht? Alter, der Mann, der Mann kann zumindest fließend Englisch. Das ist schon mal, der hat im Ausland gewohnt, der kann fließend Englisch, das ist schon mal ein großer Step up, also. Genau, und er hat auch bei der Pokémon Company im Global Marketing gearbeitet und dann 2016, ähm, ist der, das ist, alter, Jobtitel, Junge, meine Fresse, er war Nintendos Managing Executive Officer, okay, soweit, so gut, Supervisor of Corporate Analysis, äh, Analy... Äh, äh, ich kann schon nicht mehr eigentlich hier. Analysis. Genau. Und Administration Division and Director. Also, jetzt würde mich mal konkret interessieren, was er genau gemacht hat, weil das ist ja, was ist das für ein Brett? Auf jeden Fall nicht geschlafen. Ja, 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 nicht geschlafen, das tritt's ganz gut wahrscheinlich. Ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Am 28. Juni, ähm, das heißt also auch nach der E3, ähm, tritt Kimishima zurück und dann übernimmt er das Amt. Und, ja, wird man sehen, inwiefern er da einen neuen Weg einschlägt oder ob, ich mein, das Ding ist halt, momentan gibt's ja für Nintendo keinen großen Anlass, einen neuen Weg einzuschlagen. Das ist ja ein Stück weit das Problem. Ja, aber es ist halt immer noch die ganze Online-Sparte und so alles und, äh, sehr viele Entscheidungen, ähm, sind halt immer sehr, sehr Japan, äh, fokussiert und gerade, also, wie gesagt, auch so von, von Leuten, die, ähm, hier auch, äh, in, äh, bei Nintendo of Europe gearbeitet haben, wo ich mit so ein, zweimal gesprochen habe, ist es wohl, ähm, sehr frustrierend, wie Japan fokussiert das teilweise alles ist, also, dass da wie, wie viel Kram damit abgesprochen werden muss mit Japan, ähm, wie oft einfach, äh, Entscheidungen, die Europa oder Amerika gar nicht haben wollen, dann eben doch durchgeführt, äh, werden müssen. Und, ähm, gerade verglichen jetzt mit einer, mit einer Firma wie, wie Sony, wo eben, also, vor allem, äh, ähm, Sony Computer Entertainment America, äh, und eben auch Europe sehr viel, ähm, eigenständiger handeln können, ähm, ist das bei Nintendo anscheinend wohl eher nicht so. Und, äh, und, äh, wenn du da jemanden hast, der, ähm, eben auf einer globalen Ebene oder auch so eine globale Sicht hat, ähm, das, das könnte schon reichen, da so einfach nur so ein paar kleine Dinger zu tweaken, ein paar kleine Änderungen anzustoßen, ähm, um es eben gerade für westliche, äh, Spieler ein bisschen angenehmer zu machen. Ja. Ähm. Das wäre zumindest ein Anfang. Ja, ich, ich hoffe auch sehr darauf, dass sich da noch ein bisschen was tut, aber. Ja, musste man abwarten, ne? Vielleicht kriegen, also, ich bin ja auch noch, äh, es wurde ja noch, äh, ist, weil im, im, ja, fast schon im selben Zug ist ja, äh, jetzt auch der, äh, Nintendo of, äh, Europe Präsident, ähm, abgetreten, der wechselt jetzt zurück nach, nach Japan. Der gute Satoru Shibata. Ja, ich werde, äh, ich werde ihn sehr in den Directs vermissen, auf jeden Fall. Also, ich kann jetzt nicht beurteilen, in, inwieweit er, äh, von seiner, von seiner Position aus jetzt super war, aber zumindest hatte er immer einen, einen sehr, äh, ja, sehr guten Eindruck gemacht, ähm, so auf einer persönlichen Ebene. Und zumindest von dem, was man, was man so hört, war wohl eigentlich auch eine, äh, ein guter Typ in der, in der Hinsicht. Ich bin ja mal gespannt, weil sobald ich das weiß, wurde noch niemand, ähm, bekannt gegeben. Vielleicht wird's ja der gute, äh, der, der, der gute Harald. Ja, bitte. Wird jetzt einfach, boah, ich fände's stark. Also, ich würde Harald gerne, gerne bei den Nintendo Direct sehen. Ich auch, ich auch. Das wäre dann unser, unser deutscher Reggie einfach. Ah, das hätte auf jeden Fall was. Ja, wäre ich absolut dafür. So, wie kommen wir jetzt von, von Nintendo zu, zu Kanye, ähm? Ähm, boah, ich weiß es nicht. Alter, das ist, wie gesagt, also, ich hab das ganz klein wenig jetzt nur verfolgt, aber wir hatten ja auch schon im Discord den Wunsch, dass wir das aufbringen sollen und allein schon intern von Baka den, den Wunsch, dass wir das, das aufbringen, äh, äh, sollen und deswegen möchten wir dem auch Folge leisten. Ich, ähm, sag auch direkt an dieser Stelle, weil ich hatte Baka einfach gefragt, hey, sag doch mal, gibt es einfach so zumindest ein paar Punkte, die du uns mitgeben kannst, die wir auf jeden Fall erwähnen müssen und das, was er meinte ist, Leute, ich mach auf jeden Fall irgendwann eine komplette Lektüre zu Kanye West und werde das alles in den Kontext einführen, weil er dann irgendwie auch meinte, um das Aktuelle, was er jetzt macht, richtig zu verstehen, müsstest du so die letzten 10, 15 Jahre von seiner Karriere irgendwie betreuen. Und, ähm, ja, das bedeutet auf jeden Fall, das ist etwas, wo wir uns alle drauf freuen können, äh, irgendwann, aber eben auch, dass Martin und ich jetzt hier komplett überfordert sind. Also, ich weiß nicht, was hattest du denn jetzt davon überhaupt jetzt so richtig mitbekommen von dem ganzen Gedöns? Ich meine natürlich, also das Offensichtlichste ist halt dieses Donald Trump Endorsement, was er ja betrieben hat und halt hier, äh, seinen, seinen irgendwie designierten Make America Great Kappe und sowas, die er präsentiert hat und wo er vorher schon sagt, irgendwie so, er steht mit Donald Trump und sowas. Ähm, ich meine, keine Ahnung, ne, das ist halt, dass ich politisch andere Ansichten habe, das ist wahrscheinlich für jeden, der mir auf Twitter folgt, keine große, keine große Überraschung. Aber, äh, ich meine, letztlich kann er das ja machen, aber das Ding ist halt einfach, es ist ja nicht nur das, er hat halt in den letzten paar Tagen halt so viele Tweets rausgehauen. Also, wirklich, wenn man mal seinen Twitter-typig durchgeht, ist es einfach nur so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, und es ist halt auch so richtig viel, äh, äh, ganz viel seltsamer Shit und Pseudo-intellektueller Kram und ich, ich blick da halt wirklich einfach nicht durch, ich blick wirklich nicht durch. Hier mal ein schönes Beispiel irgendwie, äh, Moment, Moment, wo war's? Es ist ganz schwer, hier die Übersicht zu halten. It's really cool to say, I hate you, but it's not cool to say, I love you. Love has a stigma. We are more worried about what we can lose than what we feel. Spread love, put more love into the universe. Der hatte auch gestern so ne komische Phase, wo dann irgendjemand dann so meinte, hier, äh, lass mal, lass mal irgendwie Kanye-Tweets unter hier vom New Yorker Comics irgendwie so drunter packen. Und dann hat er irgendwie so zwölf Comics davon mit eigenen Tweet-Quotes irgendwie da, da reingepackt, wo ich mir einfach nur so, das, das ist auf dieser Ebene zwischen Genie und Wahnsinn, wo ich einfach nicht mehr, nicht mehr weiß, wo der, der, der Ego-Maniac irgendwie anfängt und das, die, der Meta-Marketing-Ebene irgendwie, äh, da, da hinüber geht. Weil man kann das theoretisch, denke ich mal, auch einfach als irgendwie einen Marketing-Stunt, als Aufmerksamkeit für sein neues Album irgendwie sehen, dass er jetzt davor nochmal ein bisschen Kontroverse anstacheln möchte. Aber gerade die, alles andere, weißt du, da kann ich teilweise noch so die, die Weirdness einfach entschuldigen, als so, okay, exzentrische Künstler, bla, sonst was. Aber dieses Donald Trump-Ding, wo das ja schon mal, kurz nachdem er Präsident wurde, gab's ja auch diese, äh, diese Tweets, wo Kanye West und Donald Trump zusammen und irgendwie Best Friends und danach hat er dann, dann Kanye irgendwie auch wieder, äh, wir sind jetzt doch, doch nicht mehr, mehr länger Freunde oder sonst was. Ja. Und dann jetzt einfach dieses, diesen, äh, Mager, also, äh, hat, äh, dieses, äh, dieses Make America Great Again gut, äh, unterschrieben, dann gepostet. Und dann hat Donald Trump darauf geantwortet und, äh, dann gab's ja noch einen anderen Post, wo er was mit Trump hatte und hat auch Donald Trump darauf geantwortet, ihn gequote-tweetet und Kanye fotografiert dann von seinem, äh, ein Bild von seinem iPhone, wo er eben diesen Quote-Tweet eben gerade anguckt. Und schreibt da nochmal was dazu. Und ich denk mir einfach so die ganze Zeit, was, Bacca, wir brauchen dich, bitte, bitte bring uns irgendwie Sinn und, in, in, in diesen, diesen Wahnsinn, wo ich halt echt mittlerweile nicht mehr, nicht mehr weiß. Weil ich denk mir auf der einen Seite, ja, okay, wenn's dieser Wahnsinn ist, lass ihn halt irgendwie sein. Aber ich meine, von seinen acht und, was, 28 Millionen Followern sind halt auch sehr viele leicht beeinflussbare, äh, ja, junge Leute mit dabei, die dann, oh, okay, Kanye findet Trump geil. Oh, ja, das gibt mir jetzt auch nochmal so ein bisschen die, die Motivation, den, den cool zu finden. Also, wenn mein Idol den geil fände, dann muss ja irgendwas daran stimmen. Und das find ich dann selbst für den Witz irgendwie wieder gefährlich, weil selbst wenn er das differenzieren kann, können das Leute, die das nicht, äh, verstehen oder zumindest in Frage stellen können, ähm, fassen das dann eben ganz anders auf. Und das, das sind dann auf jeden Fall die Sachen, die ich, die ich sehr, sehr stark kritisiere dabei. Ja, ja, nee, ich weiß auch nicht, was ich, was ich von all dem Kram halten soll. Sein, sein neuster Tweet stand jetzt, ist übrigens, I haven't done enough research on conservatives to call myself or be called one. I'm just refusing to be enslaved by, äh, monolithic thoughts. Okay. Es ist ganz, es ist auch ganz, es ist auch immer so, wenn du, weißt du, weil wenn du seine, äh, weil seine, seine Musik, also seine, seine Alben sind jetzt nicht gerade mein Geschmack, aber es gibt trotzdem halt, äh, sehr viele Sachen, die ich großartig finde. Und eben auch auf einer, auf einer, äh, lyrischen Ebene sehr interessant teilweise. Und du merkst auch so, wie er, ähm, dass er halt wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Industrie hatte. Ähm, und, aber auf der anderen Seite, er halt immer diesen, diesen, diesen Götterkomplex mit so Wahnsinnssprüchen irgendwie, äh, kombiniert. Du hast dann Interviews von ihm, wo er irgendwie, äh, 90 Prozent von dem, von einem kurzen Monologe eine Antwort, was sehr Intelligentes sagt. Und das Ganze halt mit den letzten 10 Prozent, wo du dann denkst, oh mein Gott, der ist ja einfach nur wahnsinnig die ganze Zeit gewesen. Das, ich, ich verstehe es nicht mehr. Also, das ist halt dann so, da gibt's genügend Sachen, die man, die man von ihm da finden kann. Also, deswegen würde es, glaube ich, echt, echt, echt helfen. Denn, anscheinend kann hier, äh, Experten wie Bacca, äh, dazu haben, der uns das alles in einer dreistündigen Lektüre, nicht nur uns, sondern auch euch allen und dem, dem weiten Internet irgendwie da ein bisschen, ein bisschen mehr Erleuchtung bringen kann, hoffentlich. Ich freue mich da auch schon sehr drauf, muss ich sagen. Ich hab da, ich hab da richtig Bock drauf, da mal richtig, richtig tief eingeführt zu werden. Ach, ja. Ja, macht euch einfach selbst einen Blick, ähm, und, und geht mal auf das Twitter-Profil von ihm und lest einfach mal die letzten 200 Tweets oder so durch. Wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile schon wieder fünf, und ich weiß es nicht. Also, als ich auf der Arbeit kurz drauf gegangen bin vorhin, da war irgendwie, äh, Architektur, Bilder. Ja. Wo ich dann auch so gedacht hab, okay, und dann waren das so 20 Stück. Und dann, davor kamen dann die Comics, und dann kamen diese Jason, Jason Smith, äh, Pseudo-Intellektuell-Tweets und sowas, und ich, keine Ahnung. Es ist, ja. Ich glaub, wir sollten, ich glaub, wir sollten weitergehen. Also, falls, falls ihr noch irgendwie dazu was, äh, nicht nur uns, sondern auch den Zuhörern irgendwie weiterhelfen könnt, packt das gerne in die Kommentare. Ja, wir bleiben... Ich bin für jede Erklärung dankbar. Wir bleiben in der Welt der Musik, und wir bleiben bei verrückten Geschichten. Wir kommen zum Echo, äh, dem Award, den es jetzt nicht mehr gibt. Abgeschafft von Farid Bang und, äh, wie heißt er nochmal? Äh, boah. Als Kollege, oder? Kollege, ja. Ja, das war, das, das war, das war echt seltsam. Von der, von der Kritik hin, ähm, also es wurde ja, es wurde ja kritisiert, äh, dass, das eben, ähm, jemand mit dem Echo ausgezeichnet wird, der, ähm, ja, also zumindest kann man, kann, also ich hab ja auch mir nur Debatten dazu, zu angehört, wo, wo auch nicht so teilweise hundertprozentig sich, äh, sich einig war, dass zumindest in dem Fall von, von dem ausgezeichneten, ähm, Album, äh, der, der Text halt, halt wirklich, ähm, was, äh, also absichtlich oder mit, mit Hass halt, ähm, ähm, äh, gegen, gegen die Juden oder so, aber deswegen jetzt diesen, dass der Echo dann einfach jetzt sagt, okay, wir haben jetzt diese Kontroverse, und dann schaffen wir ihn einfach ab. Ich meine, ich find's gut, weil der Preis ist halt komplett sinnlos, weil der eh nur von, von Plattenverkäufen und sowas abhängig ist, aber wie schnell das jetzt ging, find ich einfach nur, also, ich, ich muss da einfach drüber lachen, ich weiß nicht, wie ging's dir? Ja, es ist ganz seltsam, ich meine, ähm, so wie ich's mitbekommen hab, früher war's ja wirklich so, dass der Echo einfach nur an halt die Leute mit den meistverkauften Alben vergeben wurde, also es gab halt nur die Plattenverkäufe als Initiator, äh, oder als, ja, als das, was halt für den Preis ausschlaggebend war. Und das hat ja auch schon vorher dazu geführt, dass halt diese Freiwild, äh, Diskussion aufkam, wo ja auch dann die Debatte war, sind die rechts oder nicht, und sollten die den Preis bekommen, und dann hat man ja, sie, glaub ich, sogar in dem Jahr, wo diese Debatte eben losgetreten wurde, ja dann auch quasi ausgeladen und die Nominierung zurückgenommen, und dann aber irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später haben sie den Echo dann gewonnen. Dann denkst du ja auch so, okay, okay, ich finde, das ist halt das Problem, wenn, wenn du nur nach Verkaufszahlen gehst, dann hast du ja auch keinen Einfluss darauf, und daraufhin haben die ja dann irgendwie gesagt, ja, okay, dann machen wir jetzt doch mal irgendwie, dass da auch noch irgendwie eine Jury mit entscheidet, die aber halt alle auch von so Gewerkschaftsbossen und so'n Scheiß halt, also, besteht halt aus denen, also, entsprechend wollen die ja eigentlich auch nur, dass populäre Sachen da irgendwie ausgezeichnet werden. Der ganze Preis ist halt echt ein Witz gewesen. Entsprechend, genau wie du, traue ich dem nicht hinterher, aber ja, es ist schon sehr seltsam, dass jetzt so kurz nach dem Echo und nach dieser ganzen Debatte einfach so aus dem Nichts dann plötzlich gesagt wird, so, ja okay, dann machen wir es halt nicht mehr. Da frage ich mich halt, warum haben sie nicht schon viel früher aufgehört, wenn es ihnen scheinbar nicht so wichtig war? Ich weiß es nicht. Ja, die Frage ist halt jetzt, ob sie da irgendwie eine Alternative für machen wollen, oder ob es dann einfach komplett jetzt ohne Ding bleiben wird, weil, also in der Form auch nur halbwegs wiederzubringen, das kannst du dir abschminken. Ich meine, du kannst ja versuchen, das zu ändern. Siehe hier, ich meine, die Ergebnisse werden wir jetzt dieses Jahr noch sehen, aber Webvideopreis, da war es ja an sich das Gleiche. Also das war ja vom Publikumsvoting dann irgendwie noch mit und das ist ja wie Plattenverkäufe. Also das Publikum stimmt nicht ab und schaut sich jetzt alle Nominierten an und überlegt differenziert, wer hat jetzt hier das beste Video abgeliefert, sondern das ist die Person, die ich kenne, das ist die Person, die ich geil finde und deswegen unterstütze ich die. Und das ist dasselbe, was hinter Plattenverkäufen steht, also die Motivation. Ähm, und von daher war das halt genauso schwachsinnig und jetzt das eben auch zu ändern, dass ja auch jetzt keine Fans mehr Sachen einreichen können, ähm, sondern, äh, eben nur noch die, die Leute selber, äh, die, die Sachen, ähm, eben einreichen und es ja da auch im letzten Jahr von eben so wie, äh, von Personen wie David Hain dann auch gesagt wurde, okay, wir, äh, in, in der Form, wie das Ding jetzt, ähm, existiert, äh, wollen wir den Preis auch gar nicht mehr. Wir wollen damit nichts zu tun haben, wir wollen das Ding, äh, nicht annehmen, falls wir es, äh, gewinnen sollten. Äh, wir, wir treten davon vollkommen zurück. Und da ist es dann eben im Vergleich dazu schon die interessantere, äh, Evolution dann zu gucken, okay, inwieweit wird sich das denn jetzt verändern? Weil ich stehe da auch noch sehr, sehr skeptisch gegenüber, aber zumindest ist da der Versuch. Aber dann beim Echo einfach zu sagen, ja, okay, es war eh nur eine Werbeveranstaltung und jetzt ist es ein PR-Desaster und, ah, Leute, lass es einfach, hör mal einfach auf damit, stecken wir das Geld halt ins Marketing-Budget für die paar, für die Alben und gut ist, also, ja, das, das kommt halt dann, dann doch sehr, sehr zynisch und abgebrüht irgendwie rüber. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, aber der Echo hat ja nie irgendwie groß, also, du musst ja wirklich kein Genie sein, um drauf zu kommen, dass der Echo kein Preis ist, der irgendwie darauf ausgelegt ist, irgendwie irgendjemand qualitativ hochwertig auszuzeichnen oder irgendwelche Leuten irgendwie Aufmerksamkeit zu geben oder sie zu honorieren für etwas, für irgendeine große Leistung, sondern, also, die Leistung war halt immer nur Sales, ne, das ist halt irgendwie einfach nur so, ja, wer hat am meisten Geld eingespielt, der kriegt jetzt von uns auch nochmal so einen kleinen Preis. Ja, das ist, das ist einfach so, ja, die, die eh gewonnen haben, die kriegen das jetzt nochmal. Ihr kriegt einen Preis fürs Gewinnen. Ja. Das ist irgendwie Kapitalismus, also, nichts drückt Kapitalismus so gut aus wie der Echo, kann man fast sagen, so, die, die es sowieso schon verdient haben, die, oder, die sowieso sich schon alles erarbeitet haben, die kriegen jetzt noch irgend so ein bisschen hier nochmal ein Sahnehäubchen oben drauf, die Kirche auf der Torte. Ja, da kannst du ja noch ein bisschen mehr, äh, Schmuckstücke in den Schrank stellen und deinen Lebenslauf packen, aber das ist halt, ja, also, ich glaub, ne, ich trauere, ich trauere da, ich trauere da nicht, äh, nicht hinterher, ich warte einfach nur ab, ob es nächstes Jahr irgendwas anderes machen oder den, ähm, äh, wie gesagt, den Echo dann rausbringen. Ja. Der, der neue Preis, äh, oder Echo 2.0, aber, ne, kann mir auch, kann mir auch gestohlen bleiben, ehrlich gesagt, aber ich mein, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir, dass deutsche Medienpreise generell irgendwie großartig, äh, was, was zu sagen hätten, man, man erinnere sich auch nur an, an letztes Jahr, ähm, aber, ja, ich glaub, das einzig positive Beispiel aus letzter, äh, äh, aus jüngster, äh, Zeit war hier, was hieß der Games Media, auf der Games Week Berlin, die ja gerade, ähm, ist. Äh, auch, auch da viele, also da auch, äh, schönen Gratulationen, äh, vor allem an, an Daniel und, und Robin für ihre, äh, für ihren Gewinn, ihren wohlverdienten Sieg, äh, für ihre Beiträge, das, äh, habe ich mir sehr gerne angeguckt und, ähm, das fand ich auch sehr cool, dass da tatsächlich, äh, ausschließlich, äh, Beiträge nach ihrer Qualität ausgesucht wurden und da jetzt niemand dabei war, wo man sich irgendwie gedacht hat, ja, den hat man, den hat man eben mitnominiert, um irgendwie seine Follower oder so, äh, holen zu können, weil da waren jetzt nicht wirklich so die Personen dabei, wo man sagt, boah, die haben jetzt die krasse, krasseste Social Media Präsenz oder sonst was, äh, und so sollte es eigentlich sein, so sollten eigentlich Preise generell verliehen werden. Ja, und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir, ich weiß, wie heißt der, deutsche Videospielpreis, der irgendwie an Spiel... Computerspielpreis. Ja, ja, genau, der ja an Spiel vergeben wurde. Der ja an Spiel im Early Access vergeben wurde. Das ist schon sehr bezeichnet. Ja, das ist auch so, yay. Wenn man wirklich das maximale Armutszeugnis abgeben möchte, dann macht man sowas. Dann muss man immer nach Deutschland gucken. Ja. Wir machen, wir zeigen euch, wie es geht. Gut, kommen wir zum letzten Tra... äh, ich bin so durch, man merkt es vielleicht. Ja, das ist halt das Ende der Woche. Wie gesagt, wir nehmen das freitags auf, ich gerade dann auch nach der Arbeit, ich benutze das auch nochmal, um ein bisschen so den Frust der Woche und die Spannung dann abzulassen. Um das Venom aus den Adern zu bekommen. Ja, um mir, um mir mein, um mir mein Gift aus den, aus den Adern zu lästern, genauso. Ja, und deswegen lästern wir jetzt abschließend auch noch über den Trailer zu Venom ab. Ich bin ja anscheinend so einer der wenigen, der das gar nicht so negativ irgendwie aufgefasst hat. Ich meine, ich fand es auch nicht schrecklich oder irgendwie überraschend negativ. Ich hab mich echt gewundert, wie zu Tode gemimt das wurde, weil ich find das Gesicht ehrlich gesagt nicht schlecht. Also ich find auch die, also gerade verglichen mit den, mit jedem einzelnen CGI-Effekt aus Justice League. Ja, das sowieso. Also Justice League sieht ja auch, das ist echt, das ist ja einer der teuersten Filme aller Zeiten und der sieht aus, dass er, keine Ahnung, 5 Millionen Budget hätte. Der sieht aus wie diese, wie so billige Superhelden-Kopien aus Russland oder so. Ja, ja, genau. Der sieht aus wie der, wie aus der Guardians, der mit diesem Bär-Mann. Ja, ja, genau, das meine ich. Ist das nicht ein russischer Film? Ja, ja, das ist ein russischer Film, genau. Ja, ja, genau, so sieht das eben aus, wo Leute, wo Leute, die, die eben wirklich jetzt nicht viel Budget hatten, ein bisschen zu hoch hinaus geschossen sind, aber das Ding hat ja 300 Millionen. Und von daher find ich jetzt das Venom-Ding verglichen gar nicht mal, gar nicht mal so, so schlecht. Aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-Fan oder sonst was. Ich meine, meine Berührungen mit Venom hab ich halt hauptsächlich aus den, 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 den Cartoon-Serien. Also, eben. Ja, und nicht in Spider-Man 3. Ja, okay, das ist, ja, klar, das, das war auch so. Ich meine, aber wenigstens haben wir jetzt halt einen Film und nicht Venom in den letzten fünf Minuten von einem anderen Film. War das nicht auch so, dass Raimi Venom irgendwie gar nicht haben wollte im Film eigentlich in seinem ursprünglichen Skript und das Studio das irgendwie nur reingedrückt hat und generell Spider-Man 3 irgendwie so vom Studio ruiniert wurde hauptsächlich? Es kann gut sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Da müssten wir jetzt Jonas fragen, der weiß das garantiert aus dem Stegleif. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt übrigens was Falsches sagen, Jonas führt bereits, ähm, Strichliste, ähm, und, äh, wir werden dann, wir kriegen dann von ihm eine Spider-Man-Lektüre, ähm, bei der wir dann, äh, Spider-Man-Handbewegung machen müssen die ganze Zeit. Keine Ahnung, irgendwie. Jonas denkt sich irgendeine Strafe aus für uns. Wir müssen mal wieder ein Video machen, das ist die Strafe. Genau. Ja, nee, also was Venom angeht, muss ich sagen, äh, ich fand's jetzt auch nicht schrecklich, ich fand auch die Computer-Effekte nicht irgendwie sonderlich schlimm, ich fand Autos seien nicht ganz okay aus, jetzt nicht überragend gut, aber okay, aber, äh, was, ist halt einfach nur generisch und irgendwie langweilig, das ist eher mein Eindruck nach dem Trailer. Ja, aber, also, das, den, den Eindruck hab ich auch bei, bei einem Infinity-War-Trailer gehabt. Also, für mich ist das nicht anders, also, ich guck den Trailer und weiß, wo die Story hingeht. Ähm, ja, das schon, ich hab, aber das Ding ist halt, ich, also, was die Avengers halt haben, ist halt diese, diese immer noch Light-Heartedness, dieses, die Charaktere kommen zusammen, die man mag und die Interaktion und so, das ist das, was für mich eigentlich auch das alles, gerade die Avengers-Filme, halt ausmacht und ich weiß halt nicht, was, was, was wird denn das unterhaltsame, ich meine, ich, ich liebe Tom Hardy, vielleicht wird er am Ende den Film rausreißen? Weiß ich, also, ich hatte das ja auch schon in Discord reingeschrieben, dass ich das, dass ich da auch zuversichtlich bin mit Tom Hardy, wenn er zumindest Bock hat, dann, ähm, kriegt der gerade solche Charaktere gut hin, also, ich meine, äh, eine seiner besten, besten Rollen ist ja in, in Bronson, falls du den kennst, wo er halt auch so ein, ähm, durchgeknallten Insassen spielt, ähm, und von daher eben solche durchgeknallten Persönlichkeiten da mit reinzunehmen, es ist eben abzuwarten, wie interessant sie die inneren Konflikte, äh, ähm, darstellen, weil jetzt im Trailer ist es halt noch so, boah, ich bin ne böse Venom und, nein, ich möchte aber nicht böse sein, doch, du setzt jetzt die Kräfte ein, okay, aber nur für was Gutes, oder? Nein, für das, was wir wollen, äh, und, ich meine, ich kenne halt genug vom, vom Original, um sagen zu können, in welche Richtung es so geht, aber in sich ist es ja trotzdem, ähm, kannst du da ein super, eine super interessante Character Study draus machen, es ist halt nur die Frage, und deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass es einen mehr edgy Ansatz hat, weil wenn ich jetzt in einem Trailer die ganze Zeit so, wow, haha, war es nicht cool, wie ich die aus Versehen kaputt gemacht habe, das, das finde ich, das wird überhaupt nicht dazu passen, und dann, dann wüsste ich von vornherein, da, da ist gar kein richtiger Versuch, aber so finde ich den Ton ehrlich gesagt klar, das ist die, es kann DMC-Donte-Level-Edgelord werden, aber es könnte halt auch ein, eine coole Character, ähm, Star-Design, und da bin ich ehrlich gesagt noch, also von allen Marvel-Filmen, die wahrscheinlich in den, den nächsten zwei Jahren rauskommen, ist, glaube ich, Venom der einzige, den ich im Kino sehen will, weil das der einzige ist, wo ich wirklich interessiert, interessiert daran bin, äh, wie das umgesetzt wird, außer die, die, ähm, die Reviews kommen raus, und der hat irgendwie null Prozent auf Rotten Tomatoes oder sonst was, aber wie gesagt, Black Panther lässt mich kalt, äh, jetzt, äh, Infinity War lässt mich kalt, äh, Guardians letztes Jahr lässt mich kalt, also, lässt mich irgendwie alles kalt mittlerweile bei, bei Marvel, das Einzige, was, was ich ganz cool fand, war, war Spider-Man, aber, ja. Ich bin, ich bin, also ich meine, da weiß man ja auch noch nichts, aber ich bin tatsächlich durchaus, äh, sehr auf, äh, Captain Marvel gespannt, der nächstes Jahr kommen soll. Von wem wird denn der gespielt? Äh, der ist gut, ist nur sie, ähm, hier, wie heißt sie? Moment, ich gucke mal gerade nach. Die sind auf jeden Fall die, die bei, äh, Brie Larson. Echt? Ja. Okay, krass. Äh, ja, da habe ich schon Bock drauf, aber... Ich meine, okay, nach Glow könnte ich, kann man sich das eigentlich schon ganz gut vorstellen, ja. Ja, und ich meine, es ist halt dann jetzt der erste Marvel-Film mit weiblichem Hauptprotagonisten, ne, nachdem Wonder Woman es bei DC ja gemacht hat. Es ist jetzt der erste tatsächlich reine, also Single-Superhero-Film mit einer Frau als Hauptcharakter. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kriegen sie da ja was Neues hin. Ich weiß aber über Captain Marvel auch nicht viel, von daher... Ja, ich wusste, wie gesagt, ich wusste es gar nicht, dass es eine Frau ist, also von daher kennt man meine, sieht man meine, meine, äh, da hat man, da hat man wieder sehr, sehr schön, sehr schön gesehen, wie, äh, man automatisch an einen Mann denkt, nur weil man Captain irgendwie hört. Ja, ne, ich wusste auch gerade nur, wie, ich wusste nur noch halt, Schauspielerin mochte ich und ja, Brie Larson mag ich eigentlich sehr. Auch in, äh, Kong Skull Island, den ich irgendwie vor ein paar Wochen gesehen habe, hat sie mir wieder ganz gut gefallen. Also, naja. Oh, ich hab gerade, oh, ich hab gerade wieder so, ich, ich mach jede Woche ab sofort mach ich einen, ich hab gerade, ich hab, ich hab den Namen voll eine andere Person, ich hatte gerade irgendwie Alison Brie im Kopf und deswegen hatte ich mich so gewundert. Ne, ne. Deswegen war ich gerade so... Brie Larson ist unter anderem, kennt man vielleicht zum Beispiel aus Scott Pilgrim hier, wo sie... Ja, ja, ne, ich weiß, ich weiß, ich weiß jetzt, wen, wen du meinst, äh, ich hatte eben nur wirklich was, äh, wen, wen komplett anderes, äh, im, im Kopf passiert, wenn die Namen irgendwie ähnlich klingen. Envy Adams, hieß ihr Charakter, glaub ich, in Scott Pilgrim, ne? Also auf jeden Fall die Ex von Scott. Ja, ja, genau, die, die Sängerin. Ja. Die den besten, besten Song im Film singt von, äh, 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 nein. Irgendwas mit T, oder? Jetzt hab ich einen, jetzt hab ich, das ist Black Sheep, äh, von, ach, ich hasse das, vor allem, das ist eine meiner Lieblings, das ist eine meiner Lieblingsbands und ich krieg jetzt gerade den Namen nicht auf die Kette. Ich hasse es, ich hab's mit Namen einfach in diesem Podcast, ich möchte auch grad nicht nachgucken. Ähm, red du einfach weiter, ich ruf gleich so in zwei Minuten, ähm, einfach ganz laut rein. Äh, ja, okay, ähm, wie auch immer, ich weiß nicht, was, also das Ding ist halt auch, ich weiß nicht groß, was ich noch, ähm, was ich noch groß sagen soll zu, zu Venom. Ähm, also der Trailer, der gibt ja auch nicht viel her eigentlich, halt, also, du kannst zwar den Plot daran erahnen, aber der Plot ist ja auch halt einfach, das war ja schon klar eigentlich nicht das, was den Film am Ende wahrscheinlich ausmacht, sondern, also, zumindest ja, der Plot im Sinne von wirklich, wenn das aufs, auf das runterbricht, worum's halt irgendwie geht, also, ist halt eine Origin-Story von Venom, was soll da groß bei rumkommen, ist halt die Origin-Story von Venom. Metric, Metric! Ah, ja, genau. Ah, Metric heißt die Band. Ich wusste es doch, wenn ich lang genug darüber nachdenke, meine Güte, hört Metric sofort, großartige Band, ja, die hatten den, die hatten den Song Black Sheep extra für, für Scott Pilgrim gemacht, meine Fresse. Äh, jetzt hab ich dich rausgeholt, aber das war mir jetzt wichtig. Ja, keine Ahnung, ich hab mir gedacht, ich hab da auch nur Tee trinken, was über den Mann geht, mehr kann ich da sowieso nicht zu sagen. Der Trailer hat mich jetzt nicht heiß gemacht drauf, er hat, er hat auch jetzt nicht irgendwie mein Interesse groß geweckt, aber ich will jetzt auch nicht aufgrund des Trailers sagen, dass der Film eine Katastrophe wird. Wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin gespannter drauf und, äh, als einziger von, also irgendwie auf der ganzen Welt, vor allem das, äh, da ich irgendwie noch mehr rausfalle, weil es irgendwie der einzige Marvel-Film ist oder Superhelden-Film ist, der mich irgendwie halbwegs interessiert. Ähm, und irgendwie dadurch, ich bin einfach so contrarian anscheinend, dass jetzt, dass, dadurch, dass alle Leute eben so draufpacken auf den Film und den mit, mit diesen ganzen Googly-Eye-Memes von, von dem Wenden-Ding, äh, runterziehen, dass ich irgendwie noch mehr Interesse daran, äh, daran habe und irgendwie noch mehr will, dass der, dass der Film einfach gut wird. Äh, von daher, ich bin gespannt. Ja, ja, mal abwarten, mal abwarten. Kommt der überhaupt, der kommt wahrscheinlich von Sony, ne? Äh, ich gehe mal davon aus, oder? Ich bin gar nicht sicher, aber, weil ich meine, die hätten doch jetzt nur die Spider-Man-Lizenz für eben normal Spider-Man jetzt halt abgedrückt. Also, und die ist ja auch immer noch bei Sony, soweit ich das verstehe, die haben die, die haben ja einfach nur so einen Deal gemacht, dass sie, äh, dass, dass sie Spider-Man eben für die normalen, äh, Marvel-Filme und in dem MCU benutzen dürfen. Boah, wie hier halt einfach nirgendwo steht, von wem er kommt. Ich bin grad, ach, okay. Äh, alle Informationen, die ich, äh, alle Informationen sind hier, sind hier, sind hier aber nicht von welchem Studio er kommt. Warum? Äh, auch bei IMDb finde ich nie, wo das, wo das Studio steht. Halt immer, hier ist der Cast, hier sind die Leute, die den Film machen, aber wo steht, welches Studios macht? Äh, wo steht das hier? Ah, nee, es ist Columbia. Ja, doch, ja, Columbia, Marvel Entertainment, Sony Pictures Entertainment. Columbia gesagt, Sony. Das, das, das Einzige, was ich sagen muss, was ich echt hässlich finde, ist, äh, dass, äh, äh, dass, das, das, der, ja, ähm, die, das Logo, das finde ich, das sieht mega scheiße aus. Das sieht, das sieht, dieses drei, auf so 3D mit, mit Schimmerschein, Metallic-Look irgendwie gemachte, ich weiß nicht, das sieht so, das sieht eher aus wie, wie ein komischer, so, Cover von irgendwelchen Disney-Kinderfilmen oder so. Also, also, diese Real-Life-Sachen, wie so Wrinkle in Time-Shit oder deswegen, keine Ahnung, da hätten sie irgendwas Cooles machen können. Viel, viel, ich bin gerade auch nochmal über ein DB darauf gekommen, wer halt, äh, den Film directed, und das ist Ruben Fleischer, der hat, äh, Zombieland, Gangster Squad, 30 Minuten oder weniger gemacht. Ich weiß nicht, das sind jetzt alles Filme, wo ich jetzt nicht unbedingt auf einen ernsten Ton gekommen wäre. Ich kenne die letzten Filme von dem gar nicht, also Two-Night-Stand und, ja, ich kenne, aber der war auch, da war ja auch nur, da war aber auch nur Direct, äh, Producer entscheidend, also wirklich das letzte, was er directed hat, war, war Gangster Squad, den ich jetzt aber auch nicht, äh, gesehen hab. Nee, ich hab nur Zombieland gesehen. Also, die einzigen beiden, die ich gesehen habe, waren, waren Zombieland und, äh, 30 Minutes or Less und der ist so, so forgettable einfach nur, dass ich mich, glaube ich, nur noch an den, den Plot erinnere, irgendwie, dass, dass ein Pizzalieferant Bombe angeschaut hat. Oder sonst was und, einfach so, okay, welche populären Comedy-Leute haben wir aktuell, okay, die packen wir jetzt in den Film rein und das war's. Naja, warten wir es einfach ab, was Venom angeht, wir werden dann ja sehen, was dabei rumkommt. Das wär's dann, glaube ich, soweit, oder? Oder haben wir noch, haben wir noch irgendein Thema? Nee, ich meine, es ist noch einiges mehr passiert, aber nichts, worüber man groß reden kann, also zum Beispiel... Nichts, was wichtig genug für uns wäre. Also, mir ist schon wichtig, dass Paramount jetzt tatsächlich bestätigt, dass zwei weitere Star-Trek-Filme kommen, aber mehr wissen wir halt auch noch nicht. Ich bin halt sehr gespannt, weil der eine ja der wird, wo Tarantino das Drehbuch geschrieben hat oder schreibt, das, da bin ich, da bin ich wirklich mal gespannt drauf, was, was das für ein Film wird. Das ist dann, äh, auf jeden Fall wird irgendein Charakter einen Fußfetisch entwickeln. Irgendeine Elginrasse mit ganz besonders großen Füßen. Ja, das auf jeden Fall, die dann noch mit einer, also richtig, richtig nah an die Kamera getrieben werden müssen, ja. Das, das darf in einem Tarantino-Film nicht... Die Elginrasse ist einfach nur ein Fuß, also es ist einfach, die haben nichts anderes, es ist einfach nur ein Fuß. Kein, no, no King-Shaming, aber ich meine, es ist, es ist, es ist sehr, sehr bekannt, dass, äh, dass Tarantino sein Fußfetisch in, in seine Filme auch, ähm, teilweise halt ein bisschen, also wenn man das einmal weiß und dann auf diese Szenen drauf achtet, also gerade in Kill Bill 1, ist es, äh, fand ich das dann schon, das nimmt einen dann so ein bisschen, bisschen raus, wo du im ersten Moment denkst, hm, interessanter, cooler Shot und dann so, ach so, das ist nur wegen, wegen meines Fetisches, okay. Ähm, ja, aber ich glaube, uns, uns gehen jetzt, also man, man merkt so, uns gehen, glaube ich, auch die, die Themen auf, äh, aus und dann, äh, wir sollten das jetzt nicht auch, auch unmöglich in die Länge ziehen, jetzt haben wir mal einen Podcast, bei dem wir, äh, ja, gerade so an der Stunde kratzen, also vielleicht sollten wir es dann auch einfach beenden. Ja, sollten wir. In diesem Sinne, macht's gut, euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag spätestens wieder, aber ich weiß schon, ich glaube, am Mittwoch, äh, soll die nächste Ausgabe von Unlimited Anime kommen. Zu Naruto. Ich glaube, das wird den einen oder anderen wahrscheinlich auch sehr begeistern. Da bin ich auch mal gespannt, weil da, das ist auch so ein Ding, da bin ich einfach viel zu früh ausgestiegen und das kann ich dann, äh, das kann ich dann sowohl mit einer Hälfte, äh, kindlicher Nostalgie aus der Bansai-Zeit und eben, oh, ich hab keine Ahnung, was hier mir abgeht. Äh, also macht euch darauf, macht euch darauf gefasst und auch nochmal der Hinweis, ich meine, okay, wenn ihr es halt in der App habt, dann seht ihr das, dass wir ja die Unlimited Topic Folge 20 rausgebracht haben, aber falls ihr das hier auf YouTube irgendwie seht oder sonst wo drauf gestoßen seid, über einen Twitter-Link oder, oder was auch immer, äh, könnt ihr euch auch noch von, von Mittwoch die aktuelle Folge Unlimited Topic anhören, wo wir, äh, über, äh, die Channel Awesome, äh, Kontroverse gesprochen haben, über verstorbene Prominente, die wir gerne zurückhaben möchten, über, äh, ja, Couch-Koop-Erfahrungen und über parallelen Medienkonsum, da ist bestimmt für jeden etwas Interessantes vorbei, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen und euch das anhören, äh, ja, und ansonsten auch von mir, ich wünsche euch eine, eine schöne Woche und vielleicht gibt's dann auch nächste Woche mal, ähm, neben Martin jemand anderen zu hören, außer mir. Ja. Wer weiß. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wer weiß. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.